Hallo, hier ist TipTapTube. Hallo. Und heute gibt es hier eine Fußball-Challenge. Erstmal Gesundheit. Und das ist keine normale Fußball-Challenge. Normal-Gesundheit. Und zwar haben wir einmal einen normalen Ball. Und zusätzlich haben wir noch unseren Wobblewobble-Ball. Der ist halt einfach extrem groß. So groß hier. Cool. Und damit machen wir eine Fußball-Challenge. Auf jeden Fall werden wir jetzt damit Elfmeterschießen machen. Soll ich als erstes vorgehen? Ja, du. Dann würde ich sagen, schießen wir am Anfang mal nicht ganz so doll. So, sagen wir mal von hier. Also, ne einfach. Es ist lustig. Oh, nicht zu doll? Oh Gott. Es ist lustig mit dem Ding. Oh. Meine Opa. So, daneben. Oh. Ich glaube, so viel Anlauf brauchst du nicht. Hier. Oh. Steht 0-0, ne? Ja. Ja. Ah. 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 Der ging auch mal richtig daneben. Ah. Oh ja. Das Ding kann echt ordentlich hoch liegen. Ich glaube, das mit dem Porre schießen wird irgendwie nichts so. Nee. Das ist nicht leicht. Läuft. Ah. Ah. Oh. Der geht rein. Also echt. Das geht ja gar nicht. Ah. 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 Oh. Das kann man auch nochmal machen. Oh, da hebst du noch mal auf. Oh, Mist. Das erste Feuer. Ja, irgendwie ist es gar nicht so leicht, damit irgendwie ein Tor zu schießen. Also man braucht erstens irgendwie größere Tore und kleinere Menschen. Aber es ist ganz lustig, damit zu spielen, ist was anderes natürlich als mit einem kleinen Ball. Pfosten. Ist auf jeden Fall richtig lustig, macht Spaß und würde sagen, was ist jetzt hier von uns? Und dann lassen wir auf jeden Fall dann oben da und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020